Hallo und willkommen zu diesem neuen Video. Heute mal wieder ein Gewinnspiel. 20 Euro Guthaben nach eurer Wahl. Xbox, PSN, Switch oder Steam Guthaben. Kommt drauf an natürlich wo ihr spielt. Und es geht natürlich auch Schweiz, Deutschland, Österreich. Ist scheißegal. Ihr müsst damit vielleicht einfach rechnen, dass es dann entweder ein bisschen weniger oder ein bisschen mehr gibt bei den Guthabenkarten in den verschiedenen Ländern. Aber man kann das ja dann immer noch klären mit einigen Sachen. Alles was ihr tun müsst, ist einfach nur einen Kommentar unter dieses Video schreiben. Wenn ihr natürlich wollt, könnt ihr den Kanal abonnieren und das Video liken. So wie die anderen Montages anschauen, die ich in letzter Zeit hochgeladen habe, wenn ihr die noch nicht gesehen habt. Und dann habe ich noch was, was noch nicht so viele bemerkt haben. Nämlich der Apfelmuffa Clips Kanal. So ein Zweikanal, den ich erstellt habe. Da probiere ich immer wieder ein paar Clips, die ich nicht auf dem Hauptkanal hochlade, hochzuladen. Wäre auf jeden Fall sehr, sehr nett, wenn ihr den auch abonnieren würdet. Ist natürlich in der Beschreibung verlinkt. Und wie gesagt, alles was ihr tun müsst, um 20 Euro bzw. 20 Franken abzustrauben. Einfach einen Kommentar schreiben. Und der wird dann random einfach gepickt. Und dann wünsche ich euch einen ganz guten Start in 2021 und noch einen schönen Tag. Bis zum nächsten Mal. Ciao.